den berg meine freunde was geht ab neues video zur tag nein neue waffe in cold war und den wohnen super geile waffe ist richtig starkes mp kann ich nur empfehlen ja ich würde mal sagen damit durch selbst einen eindruck macht einfach mal die highlights abchecken und am ende gibt eine klasse dazu also bleibt bis zum ende dran und dann könnt ihr euch die klasse anschauen viel spaß und grüße gehen raus aber nicht die ja auch ein halter rein hau rein junge die waffe ist krank warte was ist der warte was ist der warte ich komm ich komm hey Junge, was mache ich mit denen? Oh mein Gott! Boah. Uff. Ah, ich habe jetzt komplett Schuss. Ja, geht doch, Dinger. Fühlt sich viel besser an, normaler MP. Ja, fühlt sich besser an. Ich habe ihm mit einer Samtex einen Headshot gegeben, what the f***. Boah, das war gerade Craig, ich schwöre. Yeah, Black piece of s***. I f*** your mum. Du bist so retarded, maybe. Nicht so retarded, mein Freund. Auseinandergenommen. Boah, jetzt pushen wir direkt rein. Zack. Bam, Junge, auseinandergenommen, Digga. Ja, Digga, ich schwöre, ich werde tatsächlich ein bisschen in die Redgun-Schiene reingehen. Ich denke, ich habe ohne Spaß wirklich richtig Bock irgendwo auf Warzone. Die letzte Zeit. Ich glaube, ich werde da auch weiterhin Content produzieren für Warzone. Guck mal, gefetzt, Digga, alle habt ihr gesehen. Die müssen gehen, wie ich die gefickt habe, alle. Oben bei Digga, genau, oder wo? Oh, das ist typisch durch. Oh, der ist schon wieder her, du wunderschön. Oh, der ist schon wieder her, du wunderschön. Leid, das ist geil, Digga. Was? Oh, der ist schon wieder her. Ich bin ein Führer. Sauerbar. Ich bin ein Führer. Es ist alles wieder im Kopf, aber jetzt ist das eine Aidenskarte. Das war's. Digger will er hier mit Heli rumkriegen Seid mal leise, seid mal leise Ne Bro, ich spiel ich vor Wir sind wohl Ich bin wohl Oh mein Gott Ja, der macht ihn wohl Chillcracker, chillcracker Alles gut Natürlich hat er wieder den Spiel gehabt Ich hatte noch meine Sniper nahe 2 in dem Haus nicht gut 2 in dem Haus noch bei uns Ja oben hoch, nach oben hoch Ab 1 Ist doch 1 in dem Haus Vabay Die Die Schlibe Die 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 Nein aber ein schuss tech 9 ist echt schlecht im jährlichen so freunde der sonne wie am anfang gesagt stelle ich mich jetzt das klassen setup vor wie zock ich die tech nein die tech 9 zocke ich wie immer mit der k zusammen die k kennt ihr schon wie sie spiele die tech 9 spiele ich mit einem vollautomatik repetierer aus dem grund damit die waffe vollautomatisch wird ich kann salven repetierer nicht empfehlen weil es ein dreischuss salve und die tech 9 ist von anfang an eine einschuss mp also ich muss sagen einschuss und drei schuss salve ist nicht das gelbe vom 1 tatsächlich also vollautomatik repetierer bei der mündung lauf zock ich den sonderkommando lauf laser zock ich den tiger team scheinwerfer unterlauf zock ich den feldagenten griff davor hatte ich den schaft plünderer schaft drin muss ich aber sagen da hat die waffe zu viel rückstoß und dann habe ich hier den feldagenten griff aufgeklatscht fühle ich mehr und magazin zock ich das standard 48 schuss magazin hier kaltblütig overkill eifrig wurfmesser head schlags angold falls dir das video gefallen hat ein abo ist kostenlos ich würde mich freuen du würdest mich dabei unterstützen mein traum zu ermöglichen liken abonnieren du bist bescheid schönen wochen start wünsche ich dir mit es Bis zum nächsten Mal.